hallo ihr lieben herzlich willkommen zurück zu folgenummer ich weiß es gar nicht 13 mittlerweile schon ja zähl mal runter damit wir gleich joinen können ja mach ich 5 4 3 2 1 das war ja in der letzten folge doch ein bisschen aufregend also ich hab jetzt ich dachte es wird jetzt echt aufregende aber es hat sich noch grenzen gehalten es ist vielleicht besser ja einfach so schnell einfach nicht nachdenken einfach handel ich meine wie lange haben wir hier auch keiner gesehen also ganz ehrlich wir sind hier folgenlang alleine und dann steht auf einmal jemand da habe ich irgendwie nicht so mit gerechnet warst du übrigens noch eine spitzhacke weil ich habe noch eine eigene spitzhacke auflage meine ist fast kaputt ja weiß ich schmeiß jetzt hier gleich mal ein bisschen ich muss mal es ist noch hell ja okay so wie auch und sonst kommen wir uns gleich im bett hinstellen ich werde mal eben hier noch mal kurz meinen müll aussortieren warte mal ach die fackeln sollten wir vielleicht ich habe nicht mehr ganz so viele fackeln noch sieben ich habe ich auch sieben du kannst du eigentlich schon mal einen goldenen apfel machen wenn du willst ja ich sammle gerade ein paar flints hier habe einen flint schon ach ja genau flint sehr gut das ja das machen wir auch was will ich denn jetzt eigentlich wollte irgendwas aussortieren hier das kann noch mal weg und das kann weg kommen der scheiß kommt auch weg der scheiß hast du eigentlich schon zweites schwert ich auch noch nicht aber ich soll es wie heißt es verzauberstisch haben ja davor lohnt sich das ja ich habe noch ein steinschwert als für notfall wenn jemand schwert kaputt geht ich habe auch noch ein bisschen keys im inventar ich mache mal ein bisschen mit ne und dann gucke ich gleich noch mal nach äpfeln das wäre jetzt langsam müssen wir zusehen dass wir hier in die gänge kommen ein flint habe ich rausbekommen ist wie brauchst du denn und ich weiß nicht kommt weil ich hoffe dadurch aus einem aus einem nur einen fein kürzt so dann kriegst du vier stück also einen flint sind vier feile habe jetzt drei so warte ich kann dir ein bisschen mehr geben ich habe fünf schon mal und hier sind die federn vielleicht schwierig kann ich jetzt noch wegschmeißen du hast doch bestimmt noch wegschmeißen dass du wieder aufbauen kann wenn das die fehler echt ok warte da ist noch ein flint das gemacht mein müll eingesammelt ich dachte ich habe jetzt ein aber das ging ja nicht weil wenn wir ein volles inventar habe sonst kannst du mir auch den apfel geben dann kann ich den schon mal machen ja wir haben jetzt 49 feile das hört sich schon mal gut an sehr hier da ist ja ok da mache ich einfach die nuggets drumherum die goldbarren ja supi da haben wir das schon mal ein wollen wir hier noch ein bisschen weiter nach äpfeln gucken ja oder halt jetzt leder würde ich sagen wir können ja beides also ein apfel reicht nicht oder hinten hat sich jemand nach oben gebaut aber ganz gerade nach oben ich habe noch ein ich habe noch einen apfel bekommen da hinten hat ich genauso wie da jemand noch ganz gerade nach oben ja das habe ich schon gesehen aber wenn ich denke wenn jeder erst noch ein apfel werden wäre das schon genug dass jeder erst mal einen gold abblatt doch aber wir müssen das endlich mal brennen also ich habe ja also drei gold fehlen jetzt noch aber ich habe noch zehn erze also ich könnte mal eben ganz schnell eine workbench hier hinstellen ja mach mal mach mal workbench ist klar ein ofen meine ich natürlich pass auf wir machen das mal eben kurz so ich habe noch ein flint brauchst du ein bisschen in der nähe nach gar nicht gleich ich nehme in der nähe nach dings zu suchen ja kühnen und hasen das mach mal so ich hier noch irgendwas was ich habe so unendlich viel redstone noch scheiß fisch den will ich auch nicht haben so ich gucke nach einfach noch mal weiter nach äpfeln meine schaufel ist auch gleich hin genauso wie meine spitzhacke also da ist noch ein apfel perfekt vielleicht finde ich noch einen hat jeder zwei das würde erst mal reichen naja aber ich glaube von der richtung nach der richtung kommen wir so weil ich glaube hier sollte ich gar nicht suchen gehen hier auch diese bäume sind auch gebaut das war ja schon so meine schaufel ist auf jeden fall schon schrott die seite hoffen wir mal dass der auch ein hase wird schon reichen die etwas gutes drop stein gebaut hier auch mal reingucken sieht aber jetzt nicht besonders aus ja aber ich glaube es könnte auch das andrene hat das glaube ich in kisten aber der hat er das bestimmt schon weg geholt oder jetzt die letzte folge ich bin gucke auch rein habe ich nicht drin es könnte aber sein dass sich andrene gerade ausgelockt hat und beim kampf ich verliebe da jetzt nicht ich habe nicht mal aber das heißt ich kann das nicht mehr machen stimmt das fehlt uns nämlich auch noch wir haben gar keinen labereimer das habe ich bei den anderen auch schon gesehen ich vergesse es immer alles jetzt kriege ich keinen apfel mehr oder was wie einfach kein tier hier ist ich nicht normal ja und ich sehe jetzt kann ich mir schaffe oder sowas einfach alle weg richtig mies ach ich habe ja zwei das reicht ja glaube ich drei goldene äpfel haben wir gleich jetzt ist unser gold alle scheiße hat jemand eine fackel gesetzt uns fehlt genau ein gold das ist das mies ja auf jeden fall das heißt wir müssen da auf jeden fall noch weiter uns noch ein bisschen gold besorgen jeden fall ach stopp ich mache mir mal eben noch eine neue schaufel davor unbedingt noch leder haben weil dann können wir auch unten in der hülle noch weiter fahren für verzauberung also für level und diamanten oder ich will unbedingt ihnen anscheinend creeper explodiert sie zumindest so aus so das ist ja nichts zu heißen nein 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 das gibt's doch nicht das ist doch eine verarsche oder will dieses spiel uns eigentlich verarschen das ist aber nur eine man wenn es jetzt zwei hätten die paaren können so ist alles dann ach nee oder wo bist du ich gehe mal zum ja aber dann können wir da auf jeden fall wo die kuh ist ja das ist ja immer random die nächste kuh kann auch keine ahnung das ist fast in dieses loch reingefallen oh mein gott ich bin ich glaube du findest mich hier nicht ich bin in der mitte vom spawn ich zurückkomme oder in der näher suchen ich weiß ja nicht in welche richtung du gegangen bist also weiß auch nicht wie es erklären sondern ich bin ein bisschen draußen wieder in andere richtung und ich bin nicht vom spawn aus jetzt in die gleiche richtung laufen aber ich glaube ich glaube ich gerade so ein bisschen rund um den spawnen die ganze zeit ah nee dann droppt die nix ich dachte schon ich hab ich hab's eigentlich schon gewusst dass die nix droppt also ich hab's schon als ich geschlagen hatte hatte ich schon das gefühl deswegen hab ich auch so gezögert so ich will die jetzt nicht da weg oh nee das gibt's doch nicht dann finden wir da eine kuh dann droppt die einfach nix also hier ist das findest du zurück zum spawn ja auf jeden fall glaube ich schon ok dann sollte ich soll ich dann zurückkommen ja ja sollten wir ja irgendwie oder ich weiß ja nicht wo du bist wir können ja da wir können ja da wieder hin zurückgehen aber ich weiß nicht ob es hier lohnt weil es war ich sehe den spawn schon bin gleich da ja aber dann wissen wir dass da wenigstens kühe spawnen genau auf der anderen seite ich meine die kann die können auch hier mitten auf dem sport sparen überall wo und einmal einmal drei glass block ist kann eine kuh spawnen also es ist ja random egal wir waren hier auf dieser auf jeden fall in dieser richtung sonst noch gar nicht oder also wir waren fast überall schon also von daher ist es ja egal aber ich kann schon wieder nicht das essen geht schon relativ schnell weg also wir sollten gucken dass wir vielleicht für mich auch noch im bogen hinkriegen ich habe jetzt noch ein fahrer gold brauchen wir brauchen drei ne drei fäden wir müssen gleich wieder schlafen gehen weil es wird gedunkel genau ich glaube hier genau hier stand die kuh hier ok oh man ey wie mies das ist leute hier oben noch aber ich glaube das hätte ich gesehen für schafe die gibt es hier ja massenweise diese miss dinge komm die vor scheiß wolle kannst du echt behalten hier hier kann man auch leider so schlecht gucken da ist schon wieder so weit das urwald kommen dann in die eine richtung oder es ist schwarzwald nächstes schwarz ja gerade einmal zur urwald das reicht vom platz glaube ich nicht da untergehen ja dann pennen wir eben eine runde neun minuten haben wir also zehn minuten gleich paar minütchen haben wir noch aber ich glaube im schwarzeichen biome weiß es nicht da gibt es glaube ich nicht so kühe oder ich glaube ich auch nicht glaube weil die brauchen licht auf jeden fall die können auch nachts nur sporen wenn facken aufgebaut sind oh man ist das gemein oder wir müssen halt doch noch mal angeln ah wollen wir angeln aber wir haben wir brauchen noch ein fahren für eine angeln noch für eine zweite wo bist du stimmt ich bin hier warte ich komme zurück da dreh dich um dann lassen wir hier angeln und du kannst hier dafür flints abbauen äh ja genau das können wir machen dann das hier was ich wahrscheinlich kriegen jetzt direkt beim ersten mal den leder haben die ganze vier oder fünf bogen dafür verbaut aber du hast recht wir sollten jetzt wahrscheinlich den faden nicht für die angel vergeuden also für ne ich dachte jetzt lieber für den bogen dann ne naja ist halt die frage ob ein bogen reicht ne wir brauchen nur ne ne wenn wir können sollten wir schon zwei haben ich habe auf jeden fall ein paar flints und dabei haben kann dabei sogar abbauen ne ich glaube aber da kriegst du auch ja stimmt ich habe hier ich habe hier ich habe hier nicht auf die ob es angebissen wird genau ach wie schön angeln ja es ist doch entspannt oder also mhm aber wir haben ja schon was erreicht also komm mhm wow ist ja das so cool für stinkt immerhin was anderes beim nächsten mal kommt bestimmt ne die glatt nein tu's nicht ok ja kann man damit verzaubern oder so keine ahnung ich weiß du kannst glaube ich irgendwelche tränke damit machen aber der ist auf jeden fall giftig wenn du ihn so isst meine ich Fisch ja super Fisch weil wir die auch unbedingt brauchen ja ich nehme die nicht mehr auf weil ich einen Platz am Winter habe egal so ich glaube ich habe das schon richtig gut Flint so wie viel Pech kann man haben also das sind jetzt wirklich 5 oder 6 Folgen wo wir auf Leder 5 oder 6 Folgen oder 5 Folgen von nicht auf 15 die wir jetzt aufgenommen haben 5,13 wo wir tatsächlich Leder suchen also da haben wir besser Diamanten gefunden als den Scheiß ach wieder ein Fisch da kriegst wenigstens Level dafür so ein paar aber nur ganz ganz wenig ja ja super aber sonst habe ich auch keine Lust mehr hier auf Kies jetzt baue ich da nochmal ein paar Blätter ab ich habe jetzt aber und weiß an elf Flints achso nice das ist schon mal ganz gut vielleicht kriege ich jetzt noch einen Apfel brauchen wir nur noch Gold oder weiß keiner an gerade dann wirf einfach nochmal neu manchmal ist das ach komm schon wenigstens noch einen Apfel schaufelt schon wieder Schrott jetzt habe ich den Kugelfisch eingesammelt mal prima oh vielleicht haben wir hier Glück weiß keiner an oh man na los oh oh Fisch yay juh supi ich gehe mal hier oben den Baum hoch vielleicht sehe ich nochmal irgendwie eine Kuh zufällig dass die so selten sind ey das gibt's doch nicht ich sind die gar nicht so selten ne eigentlich nicht aber hier bei uns sind sie selten ja und das Angeln ist ja dann auch nicht gerade so äh erfolgreich äh wir sollten gleich wir müssen uns gleich einbauen wir sind schon 14,5 Minuten ich habe keine Schaufel mehr übrigens ich habe noch eine ich mache hier direkt ein Loch ja hilfst du mir? ja ich komme sofort noch einen Fisch noch hier komm also ich bin schon da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer scheiße wo bist du? hier oh schon wieder nichts produktives ach scheiße na komm wir haben wenigstens äh ja nee eigentlich haben wir nichts erreicht diese Folge ne? nicht wirklich wieder mal gut es kann noch besser werden wir haben eine Kuh gefunden eine Kuh gefunden die nichts gedroppt hat aber immerhin eine Kuh also es lässt hoffen dass wir in der nächsten Folge noch mehr finden ja ne? gut dann sage ich bis morgen ja auf jeden Fall hoffentlich dass wir morgen dann endlich mal Leder haben yay yippie bis dann ja tschüss jah ich das 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 Vielen Dank.